Shit, wo kam denn der her? Ah, ich hab natürlich nicht gespeichert. Ah, Geschütz. Wo kam... Boah, kacke. Wo kam denn der jetzt her? Und warum hat sich jetzt diese Wand mit den Geschützen geöffnet und eben nicht? Mysteriös, aua. Sehr mysteriös. Na, zum Glück halt eben viel aus. Okay, speichern. Äh, so, hier waren wir zuerst. Ja. Hier war... Ach doch, hier waren ganz viele Leute. Nein, zurück, zurück durch die Tür. Hier, nimm das. Nein, verdammt. Nimm das. Habe ich keinen Chang'an mehr? Nein, habe ich nicht, verdammt. Nein. Oh man, zweimal daneben schießt, während man direkt vor ihm steht. Das muss man auch erstmal schaffen. Autsch. Shit, der kam von hinten. Äh, Moment. Das versuchen wir nochmal. So, ich schieße da einfach mal rein. Und dann speichere ich erstmal. So, von da kam dann noch einer raus, aber ich gehe erstmal hier rein. Oh shit, vielleicht hätte ich doch erst hier reingehen sollen. Bisschen Verarztung ist noch übrig. Das war der da hinten, das war der hier vorne. Und das war... Scheiße. Das war der Kasper, der gerade in uns drin gespawned ist. Gut, Munition wieder einsammeln. Hier war sonst nichts. Nein, 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 nein. Hier war noch der eine Freak dann. In der Ecke, ja. Gut, das hat auf jeden Fall besser geklappt als eben. Nochmal hier auf die Toilette. Steroide. Munition, die wir... Achso, die könnten wir nicht brauchen. Aber verarzt. Gut, dann nehme ich nochmal wieder... ... unser kleines Frostgewehr hier. Und du hinter dem... Achso, der ist schon tot. Okay, das hat auf jeden Fall besser geklappt als eben. Ist hier irgendwie... Nein, Secret, kann ich hier was machen? Nein. Okay, der Raum ist sauber. Dann nehmen wir uns jetzt hier vor. Okay, auf geht's. So, und wo kam jetzt Jabba her? Das ist die Frage. Uah, da hinten aus der Küche. Jabba ist der Koch. Hier, nimm das. Wow, irgendwas explodiert wieder. Irgendwas ist wieder in die Luft geflogen. Jabba, bist du noch da? Ich glaube nicht. Oh, Munition. Hallo? Hm, keine Ahnung. Ah ja, was ist hier in die Luft geflogen? Ich weiß aber nicht was. Kann man zufällig wieder in der Spüle tauchen? Nein, diesmal nicht. Kann ich die Spüle benutzen? Nein. Da ist ein Knopf. Den ich auch nicht benutzen kann. Okay, keine Ahnung, für was der ist. Feueralarm. Geht auch nicht, schade. Gut. Achso, das war's hier auch schon mal gut. Dann bleibt uns nur noch Tür Nummer 3. Gucken wir doch da mal rein. Hallo? Nein! Nicht du schon wieder. Ah, geh weg! Das sieht aus wie eine Bibliothek, wo wir hier gerade sind. Oder irgendwie eine Kneipe. Da standen ein paar Bücher, aber da hinten stand auch Schnaps, wenn ich das richtig gesehen habe. Schnaps, du Ha-Jabba. Ah, toll. Die Türen gehen einfach zu schnell wieder zu. Und jetzt ist er weg. Wo bist du? Da ist er. Hier, nimm die. Ah! Oh, shit. Huh. Suck down, was? Hat er hier hinten irgendwas gekillt? Aber hier war doch gar nichts. Ich muss ihn mit einer Rakete erwischen, aber das geht nicht, wenn er... Ich weiß auch nicht, ob da links noch... Äh, da rechts noch jemand ist. Ich gehe hier einfach mal hin. Okay, hier ist niemand mehr. Schabba. Oh, der ist schon tot. Uah! Geh weg! Lass mich in Ruhe, du scheiß Vieh. Oh, danke schön. So, eins war da noch. Na, komm her. Komm her, komm her, komm her. Komm her. Boah, wie verhält denn der aus? Wir haben auch die rote... Wo habe ich denn die rote Karte her? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Teddy. Ein Steuerrad kann ich nicht dran drehen. Das müssen doch irgendwo noch Secrets hier sein. Unter dem Bett. Äh, bei diesem Schrank? Nein. Vielleicht irgendwo... Hier auch nix. Wo komme ich? Ah, jetzt komme ich in diesen komischen Raum da unten. Ist hier vielleicht irgendwo was hinter? Nee, auch nicht. Kann ich die Flasche kaputt machen? Ähm, zack. Tatsache. Achso, ein Night Vision haben wir schon. Ja, haben wir. Ist hier vielleicht ein Geheimfach hinter? Auch nicht. Hm, ja, soll ich jetzt da runter springen oder... Speichern? Ja, Felsaga. Das ist keine Tür hier. Nein, halt hier. Da komme ich... Nee, da brauchen wir die gelbe Karte. Stirb! Ist das ein... Ach, das ist ein Fahrstuhl. Dann sind wir wieder... Sind wir wieder hier am Anfang. Hier kommen wir jetzt... Ah, da kommen wir jetzt durch. Okay. Gucken wir aber noch mal hier unten. Ist sonst... Außer diesen Gegner ist hier unten aber sonst nichts. Ja, hier kommen wir noch nicht durch. Da brauchen wir die gelbe Karte. Das heißt, wir nehmen erst mal diesen Weg. Uha, ha, 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 ha. Warum lauern die immer hinter die Türen? Geh weg. Oh nein, es sind auch noch zwei davon. Oh. Tja, der eine wurde schön von der Tür zerquetscht. Und der andere hat uns gekillt. Verdammt. Ähm. Achso, wir sind wieder hier. Habe ich da oben nicht gerade noch einen gesehen? Ach nee, das ist eine Leiche. Ja, geh weg. Halt. Aua, aua, aua. Ich drücke immer die falschen Tasten. Irgendwie. Zu viel Cube World gespielt. Geh weg. So, und da oben waren auch noch zwei. Einer. Zwei. Speichern. Oh, hier gibt es noch Munition. Habe ich eben gar nicht gesehen, die wir aber nicht mitnehmen können. Na gut. Aber wenn der Munition liegt, dann kann ich doch den Devastator jetzt einfach mal benutzen. Für unsere beiden Freunde hier. So, holen wir uns gleich Nachschub. Zack, wieder 99. Perfekt. Munition geht aber echt so ein bisschen zur Neige. Chang'an haben wir gar nicht mehr. Bisschen Schrotflinte noch. So, erstmal speichern. Ich sehe dich. Shit, der hat mich erwischt. Ah, das ist noch einer. Oh Mann, der hat mich auch erwischt. Kann doch nicht wahr sein. Drei Energie, das ist ja wieder ein super Vorrat. Oh nein, oh nein, oh nein. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Komm her. Komm her und geh weg. Und stirb. Da drin ist Energie. Oh, oh. Wie komme ich denn da? Oh, das war knapp. Shit. Nein. Ich glaube, einen hat es da drin gerade noch zermatscht, wenn ich das richtig gesehen habe. Pass auf, unsere letzte Pipebomb, die investieren wir mal hier in diese Ecke. Das hat sich gut angehört. Okay, beide erwischt. Ich glaube, ich nehme mal weiter in den Nervistator. Wir haben ja eh Munition. Scheiße. Munition voll. Nein, nein. Geh weg, geh weg. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Geh weg. Shit. Ich habe ihn jetzt gar nicht gesehen, aber er hat uns erwischt. Äh. Okay, nochmal Pipebomb investieren. Uah. Der hat die Pipebomb überlebt, so wie es aussieht. Na gut, weiter geht's. Stirb. Das war der. Und uah, hier ist noch eine Menge davon. Stirb. Und dahin ist ein Battlelord, glaube ich. Komm her. Battlelord mit 18 Energie, das wird ja auch spaßig. Ich hoffe, ich kann mir aber die Energie da, da drin vorher nochmal holen. Da ist auf jeden Fall Energie. Das Shangun haben wir auch wieder ein bisschen. Ist hier noch irgendwas? Nein. So, wie komme ich jetzt da rein? Kann ich da einfach... Kann ich da einfach durch? Oh, Tatsache. Uah. Geh weg. Halt, ich brauche eine Waffe, die nicht explodiert. So. Oh. Den hat es wieder schön zermatscht. Jetzt muss ich noch wieder hier rauskommen. Äh, und jetzt. Sehr gut. Ey, könnt ihr mal die Fresse halten da drin? Ist ja schlimm. Ja, ist ein Battlelord, na toll. Moment, sind das... Moment, sind das... Achso, wenn ich da jetzt gegenlaufe, dann explodieren die, oder wie ist das? Kann ich die auch entschärfen? Ja, okay. Pass auf, wir nehmen jetzt mal den Devastator und halten voll drauf. So, Problem gelöst. Devastator Munition ist alle, ist aber egal. Und hier ist die gelbe Karte. Oh, Pipe Bombs. Ja, geh weg. Pipe Bombs sind immer gut. Hä, wo ist denn der jetzt? Hä, bin ich jetzt blöd? Wo ist der? Hö, und bis dahin. Oh, Tatsache, da ist noch Energie. Aua, aua, aua. Sehr schön. Okay, jetzt sieht es doch schon wieder besser aus. 75 und 100. Und wir haben die gelbe Karte, mit der wir jetzt die Tür irgendwo öffnen können. Und zwar da unten. Aua, da ist er. Scheiße. Fuck. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, großer Hilfe. Geh weg, stirb. Nein, stirb. Huch, okay. Huch. Na gut, der gelbe... Na toll. Und nochmal vier. Okay, vier Schuss. Was ist denn das? Da ist ein Greifer. Ja. Ich will nicht wissen, wie viele wir in diesem Level jetzt schon davon erledigt haben. Und da hinten ist auch noch Jabba. Holy cow. Holy shit. Ah, er ist ja gar nicht tot. Jetzt aber. Gut, sowas erwartet uns hier noch. Niemand. Niemand. Da ist der Greif. Da oben ist noch einer. Ah. Fuck. Habe ich den Rechten jetzt erwischt? Hüttel, stirb. Ich hoffe, der Rechte ist tot. Oder? Ja, der sieht tot aus. Äh, okay, hier sind jedenfalls Greifer. Ich gucke erstmal ein bisschen... Oh shit. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um. Ja, ja, suck it down. Wo bist du? Egal, ist mir... Scheiß drauf. Der kann da eh nicht raus, hoffe ich zumindest. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Sind das Fahrstühle? Ne. Doch, das sind Fahrstühle. Die kann ich aber scheinbar nicht benutzen. Ja, suck it down. Ich weiß... Wahahahaha. Waaah, wo kommen die alle her? Hilfe, Hilfe. Hilfe.